Die Gefühle überwältigten Aragorn. Tränen schossen ihm in die Augen. »Selena«, flüsterte er, »der Name seiner Mutter.« »Könnte sie es gewesen sein?«, dachte er. »War ihr Schicksal so grauenvoll, dass sie mich weggeben musste?« »Erinnerst du dich an irgendetwas, das du ihr gesagt hast?«, fragte er mit erstickter Stimme. Angela schüttelte den Kopf und seufzte. »Es ist schon so lange her, dass die meisten Einzelheiten mit den anderen Erinnerungen in meinem Gedächtnis verschmolzen sind. Mein Kopf ist längst nicht mehr so rege wie früher, und was ich noch weiß, erzähle ich dir nicht. Das war für sie allein bestimmt. Aber es war sehr traurig. Ich habe niemals ihren Gesichtsausdruck vergessen.« Aragorn schloss die Augen und versuchte, seine Gefühle zu beherrschen. »Warum beklagst du dich über dein Gedächtnis?«, fragte er, um sich abzulenken. »Du bist doch noch gar nicht so alt.« »Angelas lächelnd zauberte kleine Grübchen in ihre Wangen.« »Sehr schmeichelhaft. Aber laß dich nicht täuschen. Ich bin viel älter, als ich aussehe. Mein junges Erscheinungsbild kommt wahrscheinlich daher, dass ich in mageren Zeiten immer meine eigenen Pflanzen und Kräuter essen muss.« Aragorn lächelte ebenfalls und atmete tief durch. »Wenn meine Mutter wirklich hier war,« dachte er, »und wenn sie es ertrug, ihr Schicksal zu erfahren, dann schaffe ich das auch.« »Befrage die Knochen für mich,« bat er ehrfürchtig. Angelas Gesicht wurde ernst, als sie die Knochen in beide Hände nahm. Ihre Augen schlossen sich, und ihre Lippen bewegten sich in lautlosem Gemurmel. Dann sprach sie mit fester Stimme »Manin, Würda, Hugin« und warf die Knochen auf das Stofftuch. Sie fielen wahllos übereinander und schimmerten im schwachen Licht. Die Worte klangen Aragorn in den Ohren. Er erkannte die alte Sprache, und ihm wurde schlagartig bewusst, dass Angela eine Hexe sein musste, da sie die magischen Worte gebrauchte. Ihm war mulmig zumute. Sie hatte nicht gelogen. Dies hier war echte Wahrsagerei. Die Minuten verstrichen, während sie die Knochen studierte. Schließlich lehnte sich Angela zurück und stieß einen langgezogenen Seufzer aus. Sie fuhr sich über die Stirn und holte einen Weinschlauch unter der Theke hervor. »Möchtest du auch etwas?« fragte sie. Aragorn schüttelte den Kopf. Sie zuckte mit den Schultern und nahm einen großen Schluck. »Das ist«, begann sie und wischte sich den Mund ab, »die schwierigste Deutung, die ich je gemacht habe. Du hattest recht. Deine Zukunft ist fast unvorhersehbar. Ich bin noch nie jemandem begegnet, dessen Schicksal so verworren ist wie deins. Einige Antworten konnte ich allerdings finden.« Solem-Bumm sprang auf die Theke, machte es sich dort bequem und beobachtete die beiden aufmerksam. Aragorn knetete nervös seine Finger, als Angela auf einen der Knochen deutete. »Ich fange mit dem da an«, sagte sie langsam, »weil es am einfachsten zu verstehen ist.« Das Symbol auf dem Knochen war eine lange, horizontale Linie mit einem darauf ruhenden Kreis. »Unsterblichkeit oder langes Leben«, sagte Angela leise, »das ist das erste Mal, dass ich diesen Knochen in eines Menschen Zukunft sehe. Meist ist es die Espe oder die Ulme, beides Zeichen dafür, dass jemand eine normale Lebenserwartung hat. Ob dies bedeutet, dass du ewig lebst oder nur außergewöhnlich lange, vermag ich nicht zu beurteilen. Was immer es heißen mag, du kannst dir sicher sein, dass noch viele Jahre vor dir liegen.« »Das ist keine Überraschung. Ich bin ein Drachenreiter«, dachte Aragorn. »Die übrigen Knochen sind schwerer zu lesen, da sie recht durcheinander liegen«, Angela berührte drei von ihnen. »Hier liegen die Wanderschaft, der Blitzschlag und das Segelschiff direkt beieinander.« »Von diesem Muster habe ich bislang nur gehört. Die Wanderschaft zeigt, dass sich in deiner Zukunft viele Wege offenbaren, zwischen denen du wählen musst. Einige davon bieten sich dir schon heute. Ich sehe große Schlachten um dich herum toben, einige davon zu deinem Wohl. Ich sehe die gewaltigen Mächte dieses Landes darum ringen, deinen Willen und dein Schicksal zu beherrschen. Zahllose Möglichkeiten erwarten dich, und jede mögliche Zukunft bringt dir blutige Auseinandersetzungen. Aber nur eine schenkt dir Glück und Zufriedenheit. »Komm nicht von deinem Weg ab, denn du bist einer der wenigen, die wirklich die Freiheit besitzen, ihr Schicksal zu wählen. Diese Freiheit ist ein Geschenk, aber sie birgt auch eine Verantwortung, die bindender ist als eiserne Ketten.« Dann wurde ihr Gesicht hart. »Und hier, wie zum Ausgleich, ist der Blitzschlag. Er ist ein schreckliches Omen. Ein grauenvolles Unheil schwebt über dir. Doch welcher Art es ist, weiß ich nicht. Ein Teil davon hängt mit einem Todesfall zusammen, der sich bald ereignen und dir großen Kummer bereiten wird. Der Rest hingegen erwartet dich auf einer weiten Reise. Schau dir den Knochen an. Man sieht, wie sein Ende auf dem des Segelschiffs liegt. Das kann man unmöglich falsch verstehen. Dein Schicksal wird sein, dieses Land für immer zu verlassen. Wohin es dich verschlägt, weiß ich nicht, aber du wirst nie wieder nach Alergäsia zurückkehren. Das ist unumstößlich. »Ja, so wird es kommen, selbst wenn du es zu verhindern suchst.« Ihre Worte erschreckten Aragorn. »Noch ein Todesfall?« dachte er. »Wen werde ich als nächstes verlieren?« Er dachte augenblicklich an Brom, danach an seine Heimat. »Was könnte mich jemals veranlassen, fortzugehen? Und wohin würde ich mich wenden? Falls es Länder jenseits des Meeres oder im Osten gibt, wissen nur die Elfen davon.« Angela rieb sich die Schläfen und atmete ein paar Mal tief durch. »Der nächste Knochen ist leichter zu verstehen und vielleicht etwas angenehmer.« Aragorn betrachtete ihn und entdeckte darauf eine zwischen den Hörnern einer Mondsichel eingravierte Rosenblüte. »Lächelnd«, sagte Angela, »du wirst eine außergewöhnliche, großartige Liebe erleben, die stark genug ist, um Königreiche zu überdauern. Dies hier ist der Mond, das magische Zeichen dafür. Ich kann dir nicht sagen, ob diese Liebe glücklich ausgeht, aber deine Auserwählte, ja, ist von adeliger Herkunft. Oh, sie ist mächtig, klug und unvergleichlich schön.« »Eine Adelige«, überlegte Aragorn überrascht. »Wie soll es je dazu kommen? Ich bin doch nur ein armer Bauernjunge.« »Jetzt zu den letzten beiden Knochen, dem Baum und der Weißdornwurzel, die sich quer überschneiden.« »Mir wäre lieber, sie legen anders, denn es kann nur Verrat bedeuten.« »Oh, und der Verräter kommt aus deiner eigenen Familie.« »So was würde Roran nie tun«, rief Aragorn aufgeregt. »Das mag so scheinen«, sagte Angela vorsichtig, »aber die Knochen haben noch nie gelogen, und das ist es, was sie vorhersagen.« »Leise Zweifel«, beschlichen Aragorn, doch er versuchte, sie zu verdrängen. »Aus welchem Grund sollte Roran sich jemals gegen ihn wenden?« Angela legte ihm tröstend die Hand auf die Schulter und reichte ihm erneut den Weinschlauch. Diesmal nahm Aragorn das Angebot an und fühlte sich hinterher besser. »Nach alledem könnte mir der Tod sogar recht willkommen sein«, scherzte er nervös. »Roran ein Verräter?« »Das kann nicht sein. Niemals«, dachte er. »Möglicherweise«, sagte Angela und lachte leise, »aber du solltest dir nicht den Kopf zerbrechen über Dinge, die erst noch geschehen müssen. Die Zukunft kann uns nur dann etwas anhaben, wenn wir uns zu große Sorgen machen. Ich garantiere dir, dass du dich besser fühlen wirst, sobald du draußen in der Sonne bist.« »Vielleicht«, »leider ergibt nichts, was sie gesagt hat, einen Sinn, bevor es passiert ist«, überlegte er trocken, »wenn es überhaupt passiert.« »Du hast in der alten Sprache gesprochen«, stellte er leise fest. »Angelas Augen funkelten. Was würde ich dafür geben, mit anzuschauen, wie dein Leben weitergeht? »Du kannst mit Wehrkatzen reden, kennst die alte Sprache und hast eine hochinteressante Zukunft. Außerdem können nur wenige junge Männer mit leeren Taschen und zerschlissenen Reisekleidern erwarten, von einer wunderschönen Adligen geliebt zu werden.« »Ach, wer bist du?« Eragon wurde klar, dass die Wehrkatze Angela nicht erzählt hatte, dass er ein Drachenreiter war. Fast hätte er »Evan« gesagt, aber dann änderte er seine Meinung und sagte »Ich bin Eragon.« Angela zog die Augenbrauen hoch. »Bist du es oder heißt du nur so?«, fragte sie. »Beides«, sagte Eragon und dachte lächelnd an seinen Namensvetter, den ersten Drachenreiter. »Jetzt bin ich ja noch gespannter, was dir dein Leben bringen wird. Wer war der alte Mann, mit dem du gestern hier warst?« Eragon fand, dass es keinen Schaden anrichten würde, auch dessen wahren Namen zu nennen. »Das war Brom.« Plötzlich brach Angela in schallendes Gelächter aus und wäre beinahe prustend hinten übergekippt. Sie fuhr sich über die Augen und trank einen Schluck Wein. Dann kämpfte sie gegen einen weiteren Lachanfall. Schließlich stieß sie japsend hervor. »Ach, der! Ich hatte ja keine Ahnung!« »Was ist denn daran so komisch?«, wollte Eragon wissen. »Nichts! Nichts! Sei mir nicht böse!«, sagte Angela und verkniff sich ein Lächeln. »Es ist nur, dass... Nun, er ist bekannt bei meinen Berufskollegen. Wir haben immer Scherze gemacht über das merkwürdige Schicksal des armen Kerls.« »Beleidige ihn nicht! Er ist der beste Mensch im ganzen Land!«, schimpfte Eragon. »Schon gut, schon gut«, sagte Angela amüsiert. »Das weiß ich. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, erzähle ich dir, was es mit den Scherzen auf sich hat. Aber in der Zwischenzeit solltest du...« Angela verstummte, als Sollenbum sich zwischen sie setzte. Die Katze sah Eragon starr an. »Ja«, fragte Eragon irritiert. »Hör mir genau zu! Ich erzähle dir zwei Dinge. Wenn die Zeit kommt und du eine Waffe benötigst, schau unter den Wurzeln des Minoabaums nach. Und wenn alles verloren scheint und deine Kräfte nicht mehr ausreichen, »Geh zum Felsen von Kuzian und sprich laut deinen Namen, um das Verlies der Seelen zu öffnen!« Ehe er fragen konnte, was das bedeuten sollte, schlenderte die Katze weiter, anmutig den Schwanz hin- und herschwingend. Angela beugte sich zu ihm vor, wobei ihr dichte Locken in die Stirn fielen. »Ich weiß nicht, was er gesagt hat, und ich will es auch gar nicht wissen. Er hat mit dir geredet und nur mit dir. Behalte es also für dich.« »Ich glaube, ich muss gehen«, sagte Eragon aufgewühlt. »Wenn du das möchtest«, sagte Angela, die jetzt wieder lächelte. »Du kannst so lange hierbleiben, wie du willst, besonders wenn du etwas von meinen Sachen kaufst. Aber tu, was dir beliebt. Ich bin mir sicher, dass wir dir für die nächste Zeit genug Stoff zum Grübeln gegeben haben.« »Ja«, Eragon ging mit schnellen Schritten zur Tür. »Vielen Dank für die Wahrsagung.« »Keine Ursache«, sagte Angela, noch immer lächelnd. Eragon verließ das Geschäft und stand blinzelnd auf der Straße, bis seine Augen sich an die Helligkeit gewöhnt hatten. Es dauerte einige Minuten, bevor er ruhig über das soeben Erfahrene nachdenken konnte. Er ging los, und seine Schritte wurden unbewusst schneller, bis er schließlich aus Tyrm hinausrannte, um zu Saphiras Versteck zu eilen. Er rief ihr vom Fuß der Klippe aus einen Gruß zu. Im nächsten Moment kam sie zu ihm herunter und brachte ihn nach oben. Sobald sie sicheren Boden unter den Füßen hatten, berichtete Eragon ihr, was er erlebt hatte. »Und deshalb glaube ich, dass Brom recht hat«, schloss er seinen Bericht. »Ich bin immer dort, wo es Schwierigkeiten gibt.« »Du solltest dir gut einbringen, was die Wehrkanze gesagt hat. Es ist wichtig. Woher weißt du das?«, fragte er gespannt. »Ich bin mir nicht sicher, aber die Namen klingen kraftvoll. Verließ der Seelen, Kuzian«, sie ließ sich das Wort über die Zunge rollen. »Nein, wir dürfen nicht vergessen, was Sollenbum gesagt hat. Meinst du, ich soll es Brom erzählen? Das bleibt dir überlassen. Aber bedenke dies, er hat kein Recht, deine Zukunft zu kennen. Ihm von Sollenbum und seinen Worten zu erzählen, wird nur Fragen aufwerfen, die du vielleicht nicht beantworten möchtest. »Und wenn du ihn bloß fragst, was diese Worte bedeuten, will er wissen, woher du sie kennst. Glaubst du, du kannst überzeugend genug lügen? Nein«, sagte Eragon. »Vielleicht sage ich einfach gar nichts. Aber es könnte zu wichtig sein, um es zu verbergen.« Sie redeten, bis es nichts mehr zu bereden gab. Danach saßen sie einträchtig nebeneinander und betrachteten das Meer und die Bäume. Kurz vor Sonnenuntergang eilte Eragon nach Tyrm zurück und klopfte an Jords Tür. »Ist Neal zurück?«, fragte er den Diener. »Ja, ich glaube, er ist in der Bibliothek.« »Danke«, sagte Eragon. Er ging zu dem Raum und schaute hinein. Brom saß rauchend am Kaminfeuer. »Wie ist das gelaufen?«, fragte Eragon. »Schlecht«, grummelte Brom in seine Pfeife hinein. »Also hast du mit Brand gesprochen?« »Ja, aber es hat nichts gebracht. Dieser Verwalter ist die schlimmste Art Bürokratie, es gibt. Er hält sich penibel an die Regeln und denkt sich neu aus, wann immer er jemandem das Leben schwer machen kann. Und gleichzeitig glaubt er, das Richtige zu tun.« »Also gewährt er uns keinen Einblick in diese Listen?«, fragte Eragon. »Nein«, schimpfte Brom erregt. »Nichts, was ich sagte, konnte ihn umstimmen. Er lehnte sogar Bestechung ab. Und ich habe ihm eine ansehnliche Summe geboten. Ich hätte nie gedacht, jemals einem Edelmann zu begegnen, der nicht bestechlich ist. Nachdem ich nun doch einen kennengelernt habe, muss ich sagen, dass sie mir als gierige Blutsauger lieber sind.« Er paffte heftig an seiner Pfeife und murmelte fluchend vor sich hin. Als er sich etwas beruhigt zu haben schien, fragte Eragon vorsichtig, »Und was jetzt?« »Nächste Woche bringe ich dir das Lesen bei.« »Und dann?« Ein Lächeln trat in Broms Gesicht. »Dann bescheren wir Brand. Eine böse Überraschung.« Eragon bedrängte ihn nach Einzelheiten, aber Brom ließ sich keine entlocken. Das Abendessen fand in einem luxuriös eingerichteten Speisezimmer statt. Jord saß an einem Ende des Tisches, Helene mit eisigem Blick am anderen. Brom und Eragon saßen dazwischen, was Eragon als äußerst unangenehm empfand. Neben ihm standen auf beiden Seiten leere Stühle, aber der relativ große Abstand zu ihrer Gastgeberin schützte ihn zumindest ein bisschen vor den Blitzen, die aus ihren Augen schossen. Das Mahl wurde serviert und Jord und Helene begannen wortlos zu essen. Eragon tat es ihnen nach und dachte, ich habe bei einem Leichenschmaus schon fröhlicher gespeist. Und das hatte er tatsächlich in Kavahal. Er erinnerte sich an viele Beerdigungen, die zwar traurig gewesen waren, aber eben nicht übermäßig traurig. Das hier war etwas anderes. Er spürte deutlich den brodelnden Groll, der den ganzen Abend lang von Helene ausging. Vom Lesen und Pläne schmieden Brom malte mit einem Stück Holzkohle ein Schriftzeichen auf einen Pergamentbogen und zeigte es Eragon. Das ist der Buchstabe A, sagte er. Merk ihn dir. Damit begann Eragons Unterricht im Lesen und Schreiben. Es war schwierig und sonderbar und forderte seinen ganzen Verstand, aber es machte ihm Spaß. Da er nichts anderes zu tun und einen guten, wenngleich manchmal ungeduldigen Lehrer hatte, machte er schnell Fortschritte. Bald schon hatte sich eine beständige Routine eingespielt. Eragon stand früh am Morgen auf, frühstückte in der Küche und ging anschließend zum Unterricht in die Bibliothek, wo er sich bemühte, die Klänge der Buchstaben und die Regeln des Schreibens zu erlernen. Er widmete sich seinem Studium mit solchem Feuereifer, dass er mit der Zeit, wenn er die Augen schloss, im Geiste nur Buchstaben und Worte sah. Er konnte kaum noch an etwas anderes denken. Vor dem Abendessen ging er zum Schwertkampf mit Brom hinters Haus. Die Dienerschaft und eine Schar Dorfkinder kamen dann herbeigelaufen und sahen ihnen mit großen Augen zu. Wenn danach noch Zeit war, übte er in seinem Zimmer hinter sorgfältig zugezogenen Vorhängen magische Rituale. Seine einzige Sorge galt Safira. Er besuchte sie jeden Abend, aber beide empfanden die gemeinsame Zeit als viel zu knapp. Am Tag war Safira meilenweit entfernt und suchte nach Nahrung, denn in der Nähe von Tyrm auf die Jagd zu gehen, wäre zu gefährlich gewesen. Eragon versuchte ihr gut zuzureden, aber er wusste, dass die einzige Lösung für ihren Hunger und ihre Einsamkeit darin bestand, die Stadt endlich hinter sich zu lassen. Jeden Tag gelangten neue Schreckensmeldungen nach Tyrm. Eintreffende Händler berichteten von schlimmen Angriffen entlang der Küste. Es gab Berichte, denen zufolge bedeutende Personen in der Nacht aus ihren Häusern verschleppt und am Morgen irgendwo ermordet aufgefunden wurden. Oft hörte Eragon, wie Brom und Jord sich leise über die Ereignisse unterhielten, aber sie verstummten immer sofort, wenn er in der Nähe war. Die Tage verstrichen wie im Flug, und bald war eine Woche vergangen. Eragons Fähigkeiten beschränkten sich zwar noch auf die Grundkenntnisse, aber er konnte schon ganze Seiten lesen, ohne Brom um Hilfe bitten zu müssen. Er las langsam, wusste aber, dass er mit der Zeit schneller werden würde. Brom sprach ihm Mut zu. Jedenfalls wird dir gelingen, was ich geplant habe. Es war Nachmittag, als Brom, Jord und Eragon eines Tages in die Bibliothek rief. Er deutete auf den Jungen. Da du nun in der Lage bist, uns zu helfen, können wir zur Tat schreiten. Was hast du dir denn ausgedacht? fragte Eragon. Ein grimmiges Lächeln breitete sich auf Broms Gesicht aus. Jord stöhnte auf. Ich kenne diesen Blick. Der hat uns schon damals in Schwierigkeiten gebracht. Das ist zwar etwas übertrieben, sagte Brom, aber nicht völlig falsch. Also, wir gehen folgendermaßen vor. Wir verlassen die Stadt, heute Nacht oder morgen, berichtete Eragon Safira von seinem Zimmer aus. Das kommt unerwartet. Ist euer Vorhaben gefährlich? Eragon zuckte mit den Schultern. Ich weiß nicht. Vielleicht müssen wir aus Tirum fliehen und werden von Soldaten verfolgt. Er spürte ihre Sorge und versuchte, sie zu beruhigen. Es wird schon gut gehen. Brom und ich können uns ja mit Hilfe der Magie verteidigen. Außerdem sind wir gute Kämpfer. Er lag auf dem Bett und starrte an die Decke. Seine Hände zitterten leicht und er hatte einen Kloß im Hals. Während er allmählich vom Schlaf überwältigt wurde, verspürte er eine eigenartige Verwirrung. Eigentlich will ich Tirum gar nicht verlassen, wurde ihm auf einmal bewusst. Die Zeit, die ich hier verbracht habe, war fast normal. Was würde ich dafür geben, nicht mehr ständig herumziehen zu müssen. Hier zu bleiben und wir alle anderen zu sein, wäre wunderbar. Dann durchfuhr ihn ein anderer Gedanke. Aber das werde ich niemals können, solange es Saphira gibt. Niemals. Er träumte von eigenartigen Dingen. Manchmal schrie er dabei vor Angst auf. Manchmal lachte er vergnügt. Dann veränderte sich etwas. Es war, als wären ihm zum ersten Mal die Augen geöffnet worden. Und er hatte einen Traum, der klarer war als alle anderen. Er sah eine junge, vom Leid gebeugte Frau, die in einer kalten Zelle angekettet war. Durch das vergitterte Fenster hoch oben in der Wand fiel ein schmaler Streifen Mondlicht auf ihr Gesicht. Eine einzelne Träne lief ihr über die Wange, wie ein flüssiger Diamant. Eragon schreckte hoch und merkte, dass ihn ein heftiger Weinkrampf schüttelte. Kurz darauf versank er wieder in einem unruhigen Schlaf. Diebe in der Burg Eragon erwachte in einem goldenen Sonnenuntergang aus seinem Nickerchen. Rote und orangefarbene Lichtstrahlen fielen aufs Bett. Sie wärmten seinen Rücken so wohlig, dass er am liebsten liegen geblieben wäre. Er döste vor sich hin, aber das Sonnenlicht wanderte weiter und allmählich wurde ihm kalt. Die Sonne versank hinter dem Horizont und tauchte Meer und Himmel in buntes Leuchten. Er hängte sich Bogen und Köcher um, ließ Zarok aber im Zimmer liegen. Das Schwert würde ihn bloß behindern und er gebrauchte es ohnehin nicht gern. Falls er jemanden außer Gefecht setzen musste, würde er sich eines Pfeils oder der Magie bedienen. Er schlüpfte in sein Wams und knöpfte es sorgfältig zu. Dann wartete er nervös, bis das Tageslicht vollends verschwunden war. Schließlich trat er in den Flur hinaus und ruckte ein wenig mit den Schultern, bis der Köcher bequem an seinem Rücken lag. Brom kam mit Schwert und starb aus seinem Zimmer. George, der ein schwarzes Wams und ein gleichfarbiges Beinkleid trug, wartete draußen auf sie. An seinem Gürtel hingen ein eleganter Degen und ein Lederbeutel. Als Brom die Waffe sah, sagte er spöttisch, »Der Zahnstocher da ist viel zu dünn für einen richtigen Kampf. Was machst du, wenn dich jemand mit einem Breitschwert oder einer Streitaxt angreift?« »Keiner der Wachen hat eine Streitaxt«, entgegnete George, »und dieser Zahnstocher ist viel schneller als ein Breitschwert.« Brom zuckte mit den Schultern. »Es ist dein Hals.« Sie gingen hinaus auf die Straße und hielten nach Wachmännern und Soldatenausschau. Eragon war angespannt. Das Herz schlug ihm bis zum Hals. Als sie an Angelas Laden vorbeikamen, erregte eine huschende Bewegung auf dem Dach seine Aufmerksamkeit, aber er sah niemanden. Seine Handfläche kribbelte. Er schaute erneut zum Dach hinauf, aber es war leer. Brom führte sie an der Stadtmauer entlang. Als sie die Burg erreichten, war der Himmel schwarz. Das dicke Gemäuer der Festung jagte Eragon einen Schauer über den Rücken. Um nichts in der Welt wollte er dort gefangen sein. George übernahm die Führung, marschierte auf das Tor zu, klopfte an und wartete. Ein schmales Sprechgitter wurde aufgezogen und ein unwirscher Wächter lugte hinaus. »Was soll hier?« brummte er kurz angebunden. Sein Atem roch nach rum. »Wir müssen hinein«, sagte George. Der Wächter betrachtete ihn nun genauer. »Wieso?« »Der Junge hier hat auf meinem Schreibtisch etwas Wertvolles vergessen. Wir wollen es rasch holen.« Eragon ließ betreten den Kopf hängen. Der Wachmann verzog das Gesicht. Es war offensichtlich, dass er so schnell wie möglich zu seiner Flasche zurück wollte. »Meinetwegen«, brummte er. »Aber verpass ihm eine ordentliche Tracht Prügel von mir.« »Das werde ich«, versicherte George, während der Mann eine kleine, in das Tor eingelassene Tür entriegelte. Sie betraten den Burghof. Dann gab Rom dem Wächter ein paar Münzen. »Danke«, murmelte der Mann und schlurfte von dannen. Sobald er verschwunden war, zog Eragon den Bogen aus dem Futteral und hakte die Sehne ein. George führte sie in den Hauptteil der Burg. Sie beeilten sich, ihr Ziel zu erreichen, während sie nach patrouillierenden Soldaten Ausschau hielten. Vor dem Schriftenarchiv angelangt, versuchte Brumm, die Tür zu öffnen. Sie war verschlossen. Er legte die Hand an die Tür und murmelte ein Wort, das Eragon nicht kannte. Das Schloss klickte und die Tür sprang auf. Brumm nahm eine Fackel von der Wand. Dann schlüpften sie hinein und schlossen die Tür leise hinter sich. Der enge Raum war mit Holzregalen vollgestopft, in denen sich unzählige Schriftrollen stapelten. In die hintere Wand war ein vergittertes Fenster eingelassen. George ging zwischen den Regalen umher und ließ den Blick über die Schriftrollen wandern. Im hinteren Teil des Raumes blieb er stehen. Hier, sagte er, das sind die Aufzeichnungen der Waren, die in den letzten fünf Jahren per Schiff geliefert wurden. Die Daten stehen auf den Wachssiegeln in der Ecke. Und was machen wir jetzt, fragte Eragon, zufrieden, dass sie es bis hierhin geschafft hatten, ohne entdeckt worden zu sein. Wir fangen oben an und arbeiten uns nach unten durch, sagte George. In einigen Schriften geht es bloß um Steuern, die interessieren uns nicht. Halte Ausschau nach Einträgen über Sätröl. Er zog einen Pergamentbogen aus seinem Lederbeutel und rollte ihn auf dem Boden aus. Dann legte er ein Tintenfässchen und eine Schreibfeder daneben. »Wir schreiben alle Einträge auf, die wir finden,« erklärte er. Brom nahm von oben einen Stapel Schriftrollen aus dem Regal und legte sie auf den Boden. Er hockte sich hin und rollte die erste auf. Eragon setzte sich so neben ihn, dass er die Tür im Blick hatte. Die mühselige Arbeit war für ihn besonders schwer, weil die verschnörkelte Handschrift anders aussah, als die Blockbuchstaben, die Brom ihm beigebracht hatte. Indem sie nur nach den Namen der Schiffe suchten, die in die nördlichen Gewässer segelten, konnten sie viele Schriftrollen rasch zur Seite legen. Aber trotzdem ging die Arbeit nur langsam voran. Sie notierten jede Lieferung von Sätröl, die sie fanden. Bis auf den gelegentlich vorbeikommenden Wachmann war es vor dem Raum still. Plötzlich kribbelte es Eragon im Nacken. Er versuchte weiterzuarbeiten, aber das unangenehme Gefühl hielt an. Verärgert schaute er auf und zuckte überrascht zusammen. Auf dem Fensterbrett saß ein kleiner Junge. Er hatte schräge Augen und in sein wuschliges, schwarzes Haar war ein Stichpalmenzweig eingeflochten. »Braucht ihr Hilfe?«, fragte eine Stimme in Eragons Kopf. Seine Augen weiteten sich. Es hörte sich an wie Solemnbum. »Bist du das?«, fragte er ungläubig. »Bin ich jemand anders?« Eragon schluckte und starrte auf seine Schriftrolle. »Wenn meine Augen mich nicht trügen, dann bist du's nicht.« Der Junge lächelte ein wenig und entblößte dabei spitze Zähne. »Mein Aussehen spielt keine Rolle. Glaubst du etwa, dass man mich umsonst eine Wehrkatze nennt?« »Was machst du hier?«, wollte Eragon wissen. Der Junge neigte den Kopf zur Seite, als überlege er, ob die Frage einer Antwort wert war. »Das hängt davon ab, was du hier tust. Wenn ihr diese Schriften nur zum Spaß lest, ist mein Besuch überflüssig. Aber wenn das, was ihr tut, ungesetzlich ist und ihr nicht entdeckt werden wollt, dann könnte ich euch sagen, dass der Wächter, der euch hereingelassen hat, seiner Ablösung von euch erzählt hat und dass dieser zweite königliche Offizier Soldaten ausgeschickt hat, die euch suchen. »Danke für die Warnung.« »War das eine Warnung?« »Ja, ich denke schon. Und ich schlage vor, dass du dementsprechend handelst.« Der Junge erhob sich und warf sein buschiges Haar zurück. Eragon fragte rasch. »Was hast du neulich mit dem Baum und dem Verlies gemeint? Genau das, was ich gesagt habe.« Eragon wollte weitere Fragen stellen, aber die Wehrkatze schlüpfte bereits aus dem Fenster. Unvermittelt verkündete er. »Soldaten suchen nach uns.« »Woher weißt du das?«, fragte Brom scharf. »Ich habe den Wächter belauscht. Seine Ablösung hat gerade Soldaten losgeschickt. »Wir müssen verschwinden. Wahrscheinlich haben sie schon entdeckt, dass Jords Zimmer leer ist.« »Bist du sicher?«, fragte Jord. »Ja,« sagte Eragon ungeduldig. »Sie sind unterwegs.« Brom zog die nächste Schriftrolle aus dem Regal. »Das ist egal. Wir müssen fertig werden.« Sie lasen so schnell sie konnten. Überflogen die Einträge nur noch. Als sie mit der letzten Rolle fertig waren, schob Brom sie rasch ins Regal und Jord steckte das beschriebene Pergament, das Tintenfässchen und die Schreibfeder in seinen Beutel. Eragon nahm die Fackel. Sie gingen eilig hinaus und schlossen die Tür. Aber als sie zufiel, hörten sie am Ende des Ganges den schweren Tritt von Soldatenstiefeln. Sie wollten losrennen, aber plötzlich schimpfte Brom. »Verdammt, sie ist nicht verriegelt!« Er legte die Hand an die Tür. Das Schloss klickte und im gleichen Moment kamen drei Soldaten um die Ecke. »Hey, weg da von der Tür!« rief einer der Männer. Brom trat zurück und setzte eine überraschte Miene auf. Die drei Soldaten kamen näher. Der Größte wollte wissen, »Warum wollt ihr ins Archiv?« Eragon packte seinen Bogen fester und rüstete sich zur Flucht. »Ich fürchte, wir haben uns verlaufen!« Die Nervosität in Jords Stimme war deutlich zu hören. Ein Schweißtropfen lief ihm den Nacken hinunter. Der Soldat musterte sie argwöhnisch. »Sieh drin nach!« befahl er einem seiner Männer. Eragon hielt den Atem an, als der Soldat zur Tür ging, sie zu öffnen versuchte und dann mit der Faust dagegen schlug. »Sie ist verriegelt!« Der Anführer kratzte sich am Kinn. »Na schön! Ich weiß zwar nicht, was ihr da gewollt habt, aber da die Tür zugesperrt ist, könnt ihr wohl gehen.« »Kommt schon!« Die Soldaten nahmen sie in die Mitte und führten sie zum Innenhof. »Unfassbar!« dachte Eragon. »Sie helfen uns zu fliehen!« Der Soldat blieb am Haupttor stehen und sagte, »So, und jetzt geht ihr hier raus und macht keine Schwierigkeiten! Wir beobachten euch! Wenn ihr noch mal kommen müsst, dann wartet gefälligst bis morgen früh!« »Natürlich!« versprach Jord. Eragon spürte die bohrenden Blicke der Soldaten im Rücken, als sie die Burg verließen. In dem Moment, als sich das Tor hinter ihnen schloss, breitete sich ein Grinsen auf seinem Gesicht aus, und er machte einen Luftsprung. Brom warf ihm einen strengen Blick zu und knurrte, »Hör auf damit! Feiern kannst du, wenn wir bei Jord sind!« Derart gemaßregelt, hielt Eragon sich zurück, aber innerlich brodelte er vor Energie. Sobald sie wieder im Haus waren und die Bibliothek betraten, rief er aus, »Wir haben es geschafft!« »Ja, aber jetzt müssen wir herausfinden, ob sich die Mühe gelohnt hat«, sagte Brom. Jord nahm eine Karte von Alargesia aus dem Regal und rollte sie auf dem Schreibtisch aus. Links auf der Karte erstreckte sich der Ozean bis in den unbekannten Westen. Entlang der Küste lag der Buckel, ein gewaltiger Höhenzug. Die Wüste Hadarag füllte die Mitte der Karte aus, der Osten war nur ein weißer Fleck. Und irgendwo in dieser Leere versteckten sich die Warden. Im Süden befand sich Soda, ein kleines Land, das sich nach dem Sturz der Drachenreiter vom Königreich gelöst hatte. Iragorn hatte gehört, dass Soda heimlich die Warden unterstützte. An Sodas Ostgrenze erhob sich eine gewaltige Berglandschaft, das Beor-Gebirge. Iragorn hatte schon viele Geschichten darüber gehört. Angeblich waren die Berge zehnmal so hoch wie der Buckel, was er allerdings insgeheim für eine Übertreibung hielt. Östlich des Beor-Gebirges war die Karte leer. Vor Sordas Küste lagen fünf Inseln, Nia, Parlim, Uden, Ilium und Beir-Land. Nia war nicht mehr als ein Felsbrocken, der aus dem Meer ragte. Doch auf Beir-Land, der größten der Inseln, gab es eine kleine Stadt. Weiter oben, in der Nähe von Tirm, lag die zerklüftete Insel Haizahn. Und hoch oben im Norden gab es noch eine weitere Insel. Riesengroß und geformt wie eine knorrige Hand. Iragorn musste den Namen nicht ablesen. Er kannte ihn nur zu gut. Vröngard, die angestammte Heimat der Drachenreiter. Einst ein prächtiger, ehrwürdiger Ort. Heute hingegen eine geplünderte, leere Einöde, auf der absonderliche Geschöpfe ihr Unwesen trieben. In der Mitte von Vröngard lag die verlassene Stadt Doru Areaba. Kavahal war ein kleiner Punkt am oberen Ende des Palankartals. Auf gleicher Höhe, aber jenseits der Tiefebene, breitete sich der Wald Du-Welden-Warden aus. Wie beim Beor-Gebirge waren auch hier die östlichen Regionen nicht kartografiert. Auf der Westseite von Du-Welden-Warden gab es Siedlungen aber der größte Teil des Gebietes war geheimnisvolles, unerforschtes Territorium. Der Wald dort war wilder als der Buckel. Die wenigen, die ihn zu erkunden versuchten, kehrten wahnsinnig oder überhaupt nicht zurück. Iragorn schauderte, als er Urubain erblickte, das im Zentrum des Königreichs thronte. Von dort aus regierte König Galbatorix mit dem schwarzen Drachen Shrukan an seiner Seite. Iragorn legte den Finger auf Urubain. Die Razak verstecken sich bestimmt irgendwo dort. Wünsch dir lieber, dass ihr Versteck woanders liegt, sagte Brom tonlos. Sonst kommst du nicht einmal in ihre Nähe. Mit seinen verschrumpelten Händen strich er die Karte glatt. Jort zog den Pergamentbogen aus seinem Lederbeutel und faltete ihn auseinander. In den letzten fünf Jahren wurde Seiteröl in jede größere Stadt des Königreichs geliefert. Soweit ich sagen kann, handelt es sich bei allen Bestellungen um reiche Juweliere. Ich weiß nicht, wie wir die Liste ohne zusätzliche Informationen eingrenzen können. Brom fuhr mit der Hand über die Karte. Ich glaube, einige Städte können wir ausschließen. Die Razak müssen dorthin ziehen, wo sie der König hinschickt. Und er hält sie bestimmt auf Trab. Wenn man von ihnen verlangt, jederzeit so schnell wie möglich jeden beliebigen Ort zu erreichen, wäre es für sie am klügsten, sich an einem Knotenpunkt aufzuhalten, von dem aus sie mühelos in jeden Landesteil gelangen können. Er ging aufgeregt auf und ab. Dieser Knotenpunkt muss so groß sein, dass die Razak dort nicht auffallen. Und es muss genug Handel geben, damit ungewöhnliche Bestellungen, zum Beispiel das Futter für ihre Flugrösser, keine Aufmerksamkeit erregen. Das klingt logisch, nickte Jort. Unter diesen Voraussetzungen können wir die meisten Städte im Norden streichen, bis auf Tirm, Gilead und Keunon. Das sind die Größten. Ich weiß, dass sie nicht in Tirm sind, und ich bezweifle, dass das Öl weiter in den Norden nach Narda geliefert wurde. Der Ort ist zu klein. Keunon liegt zu abgelegen. Bleibt also nur Gilead übrig. Dort könnten die Razak tatsächlich sein, stimmte Brom ihm zu. Das besäße schon eine gewisse Ironie. Das kann man wohl sagen, bestätigte Jort leise. Was ist mit den Städten im Süden? fragte Iragorn. Nun, sagte Jort, da wäre als erstes natürlich Urubain, aber es ist eher unwahrscheinlich, dass das Seiteröl, dem wir auf der Spur sind, dorthin geliefert wurde. Würde jemand an Galbatoriks Hof daran sterben, würden die Grafen und anderen Edelleute schnell herausfinden, dass der König größere Mengen an Seiteröl erwerben ließ. Es bleiben trotzdem noch genügend andere Städte übrig, von der jede diejenige sein könnte, die wir suchen. Ja, sagte Iragorn. Aber das Öl wurde nicht in jede dieser Städte geschickt. Du hast nur Cuasta, Drasleona, Aros und Bellatuna aufgeschrieben. Cuasta ist nichts für die Razak. Es liegt an der Küste und ist von Bergen umgeben. Aros ist genauso abgelegen wie Keonon, obwohl es dort viel Handel gibt. Also kommen nur Bellatuna und Drasleona in Frage. Von den beiden halte ich Drasleona für den wahrscheinlicheren Aufenthaltsort der Razak. Die Stadt ist größer und günstiger gelegen als Bellatuna. Und fast alle Waren des Landes kommen früher oder später dort durch, einschließlich derer aus Tirm, sagte Jord. Es wäre ein gutes Versteck für die Razak. Gut, also Drasleona, sagte Brum, setzte sich und zündete seine Pfeife an. Was sagen die Aufzeichnungen? Jord schaute auf das Pergament. Hier ist es. Anfang des Jahres gingen drei Lieferungen Seltreöl nach Drasleona. Sie lagen nur jeweils zwei Wochen auseinander und den Aufzeichnungen nach, erfolgten alle Lieferungen durch denselben Händler. Im letzten Jahr geschah dasselbe, in dem davor auch. Ich bezweifle, dass ein Juwelier oder sogar eine Gruppe von Juwelieren das Geld für so viel Öl hat. Was ist mit Gilead? fragte Brum mit hochgezogenen Augenbrauen. Gilead bekam das Öl in den letzten Jahren nur zweimal geliefert. sagte Jord und blickte von dem Bogen auf. Außerdem, glaube ich, wir haben etwas vergessen. Den Hellgrind, Brum nickte. Genau, das Tor zur Finsternis. Ich habe schon ewig nicht mehr daran gedacht. Ja, du hast recht. Es macht Drasleona zum perfekten Versteck für die Razak. Ich schätze, damit ist entschieden, wohin wir gehen. Eragon setzte sich ruckartig auf. Alle Anspannung, jedes Gefühl waren von ihm gewichen. Er fragte nicht einmal, was der Hellgrind eigentlich war. Ich dachte, ich wäre froh, wenn die Jagd weitergeht, dachte er. Stattdessen kommt es mir so vor, als habe sich ein Abgrund vor mir aufgetan. Das, Leona, das ist so weit weg. Das Pergament knisterte, als Jord die Karte wieder zusammenrollte. Er reichte sie Brum und sagte, du wirst sie brauchen, fürchte ich. Deine Wanderungen führen dich ja meistens in die entlegensten Regionen. Mit einem Nicken nahm Brum die Karte entgegen. Jord klopfte ihm auf die Schulter. Es mutet mich sonderbar an, dich allein weiterziehen zu sehen. Mein Herz sagt, dass ich dich begleiten sollte, aber der Rest von mir erinnert mich an mein Alter und meine Verantwortung. Ich weiß, sagte Brum, du hast dir in Tyrm ein Leben aufgebaut. Es ist an der Zeit, dass die nächste Generation die Standarte trägt. Du hast deinen Teil geleistet. Sei zufrieden. Was ist mit dir? fragte Jord. Hat die Wanderschaft für dich nie ein Ende? Ein hohles Lachen kam über Brums Lippen. Doch, ich sehe es bereits näher kommen. Aber eine Weile lässt es noch auf sich warten. Er löschte seine Pfeife und jeder von ihnen ging erschöpft in sein Zimmer. Vor dem Einschlafen nahm Iragorn Kontakt mit Saphira auf, um ihr von dem nächtlichen Abenteuer zu berichten. Ein verhängnisvoller Fehler Am nächsten Morgen holten Eragon und Brum die Satteltaschen aus dem Stall und bereiteten ihre Abreise vor. Jord verabschiedete Brum, während Helene von der Tür aus zusah. Mit ernsten Blicken gaben sich die Männer die Hand. Ich werde dich vermissen, alter Knabe, sagte Jord. Ich dich auch, erwiderte Brum mit belegter Stimme. Er neigte sein weißhaariges Haupt und wandte sich anschließend zu Helene um. Vielen Dank für eure Gastfreundschaft. Ihr wart sehr großzügig. Die Röte stieg ihr ins Gesicht. Iragorn glaubte, sie würde ihn ohrfeigen. Brum fuhr ungerührt fort. Ihr habt einen guten Mann. Kümmert euch um ihn. Es gibt wenige Menschen, die so tapfer und entschlossen sind wie er. Aber selbst er kann schwierige Zeiten nicht ohne die Unterstützung derer meistern, die er liebt. Er verneigte sich erneut und sagte sanft, »Das soll nur ein freundlicher Rat sein«, verehrte Helene. Eragorn sah, wie ein beleidigter, gekränkter Ausdruck über ihr Gesicht huschte. Ihre Augen funkelten zornig, als sie brüsk die Tür schloss. Seufzend fuhr sich Jord mit den Fingern durch das schüttere Haar. Eragorn dankte ihm für seine Hilfe. Dann bestieg er Kadok. Nach einem letzten Abschiedsgruß machte er sich mit Brum auf den Weg. Am südlichen Stadttor ließen die Wachen sie passieren, ohne ihnen einen zweiten Blick zu schenken. Als sie unter der dicken Stadtmauer hindurchritten, sah Eragorn im Schatten eine Bewegung. »Solem, bum« erwartete sie mit wedelndem Schwanz. Die Katze folgte ihnen ein Stück weit und verschwand schließlich. Als sie die Stadt hinter sich gelassen hatten, fragte Eragorn, »Was sind Wehrkatzen?« Brum schaute überrascht. »Wie kommst du denn plötzlich darauf?« »Ich habe in Thirm jemanden über sie reden gehört.« »Es gibt sie doch nicht wirklich, oder?« meinte Eragorn unschuldig. »Natürlich gibt es sie wirklich.« In der blühte Zeit der Drachenreiter wurden sie genauso verehrt wie die Drachen. Könige und Elfen hielten sie als Gefährten, und doch durften Wehrkatzen tun, was immer sie wollten. Nur wenig ist über sie bekannt. »Ich fürchte, heutzutage sind sie sehr selten geworden.« »Beherrschten sie die Magie?« fragte Eragorn. »Das weiß niemand so genau. Aber sie konnten auf jeden Fall ungewöhnliche Dinge tun. Sie schienen immer zu wissen, was gerade vor sich ging. Und irgendwie gelang es ihnen, sich in die Dinge einzumischen und sie nach ihrem Gutdünken zu beeinflussen.« Brum zog sich die Kapuze über den Kopf, um den kühlen Wind abzuhalten. »Was ist der Hellgrind überhaupt?« fragte Eragorn nach kurzem Nachdenken. »Das erfährst du, wenn wir in Dras Leona sind.« Als Tyrm außer Sicht war, rief Eragorn. »Saphira!« Die Kraft seines geistigen Rufes war so stark, dass Kadok verärgert die Ohren anlegte. Saphira antwortete und machte sich augenblicklich auf den Weg zu ihnen. Eragorn und Brum sahen, wie aus einer Wolke ein dunkler Punkt herausschoss. Dann hörten sie ein dumpfes Dröhnen, als Saphira ihre Schwingen ausbreitete. Die Sonne schien durch die dünnen Flügelhäute hindurch und ließ sie fast durchsichtig erscheinen. Sie landete mit einem kräftigen Luftstoß. Eragorn warf Brum Kadoks Zügel zu. »Ich bin zum Mittagessen zurück!« Brum nickte, schien aber an etwas ganz anderes zu denken. »Viel Spaß!« sagte er. Dann sah er Saphira an und lächelte. »Schön, dich wiederzusehen.« »Ich freue mich auch!« Eragorn stieg auf Saphiras Schultern und klammerte sich an sie, als sie mit einem kräftigen Satz vom Boden abhob. »Festhalten!« warnte sie Eragorn, drehte sich auf den Rücken und flog kopfüber weiter. Eragorn brüllte vor Vergnügen, breitete die Arme aus und hielt sich nur mit den Beinen an ihr fest. »Ich wusste gar nicht, dass ich mich, ohne im Sattel festgeschnallt zu sein, auf dir halten kann, wenn du auf dem Rücken fliegst!« Er grinste breit. »Ich auch nicht!« gab Saphira mit dem ihr eigenen Lachen zu. Eragorn umarmte sie liebevoll, und dann glitten sie, die Herren des Himmels, waagerecht durch die Lüfte. Gegen Mittag waren seine Beine vom Fliegen ohne Sattel wundgescheuert und seine Hände taub vor Kälte. Saphiras Schuppen waren zwar immer warm, aber sie konnte trotzdem nicht verhindern, dass ihm kalt wurde. Nachdem sie gelandet waren, vergrub er die Hände in den Taschen und setzte sich an eine warme, sonnenbeschienene Stelle. Während er und Brom aßen, fragte Eragorn Saphira, »Hast du etwas dagegen, wenn ich heute auf Kadok weiterreite?« Er hatte vor, Brom nach seiner Vergangenheit zu fragen. »Nein, aber erzähl mir, was er sagt.« Eragorn war nicht überrascht, dass Saphira sein Vorhaben kannte. Es war fast unmöglich, etwas vor ihr zu verbergen, wenn sie miteinander in geistiger Verbindung standen. Als sie mit dem Essen fertig waren, flog sie los, während er und Brom auf den Pferden weiterzogen. Nach einer Weile sagte Eragorn zu Brom, »Ich muss mit dir reden. Das wollte ich eigentlich schon in Tirm, aber ich beschloss damit zu warten, bis wir die Stadt verlassen haben.« »Worüber?«, fragte Brom. Eragorn zögerte. »Es gibt vieles, was ich nicht verstehe. Zum Beispiel, wer deine Freunde sind und warum du dich in Kavahal versteckt hast. Ich vertraue dir voll und ganz, sonst wäre ich nicht mehr mit dir unterwegs, aber ich muss mehr über dich erfahren und wissen, was du tust. Was hast du in Gilead gefunden? Und was ist die Duata du Orotrim, auf die du mich zu bringen gedenkst? Ich finde, nach allem, was geschehen ist, habe ich eine Erklärung verdient. »Du hast uns belauscht.« »Nur einmal,« sagte Eragorn, »wie ich sehe, muss ich dir noch anständige Manieren beibringen,« sagte Brom und zupfte mürrisch an seinem Bart. »Wie kommst du darauf, dass dich diese Dinge etwas angehen?« »Ich weiß nicht,« sagte Eragorn achselzuckend, »ich finde es eben sonderbar, dass du dich in Kavahal versteckt hast, ich Saphiras eifernd, und du so ungeheuer viel über Drachen weißt. Je länger ich darüber nachdenke, desto weniger kann ich an einen Zufall glauben. Es gab noch andere Hinweise, die ich ignoriert habe, aber rückblickend sind sie sehr offensichtlich. Zum Beispiel, dass du überhaupt von den Razak gewusst hast und dass sie vor dir geflohen sind. Und allmählich beginne ich mich zu fragen, ob du nicht auch etwas mit dem Auftauchen von Saphiras Ei zu tun gehabt hattest. Es gibt vieles, was du uns nicht erzählt hast, und Saphira und ich können es uns nicht leisten, etwas unbeachtet zu lassen, das gefährlich sein könnte. Dunkle Furchen erschienen auf Broms Stirn, als er Schneefeuer anhielt. »Du willst nicht länger warten?«, fragte er. Eragorn schüttelte den Kopf. Brom seufzte. »Das wäre alles kein Problem, wenn du nicht so argwöhnisch wärst. Aber ich schätze, wenn du anders wärst, würde ich meine Zeit mit dir vergeuden.« Eragorn war sich nicht sicher, ob er das als Kompliment auffassen sollte. Brom zündete seine Pfeife an und blies einer Rauchwolke in die Luft. »Ich werde es dir erzählen«, sagte er. »Aber du musst verstehen, dass ich dir nicht alles offenbaren kann.« Eragorn begann zu protestieren, aber Brom schnitt ihm das Wort ab. »Gewisse Dinge halte ich nicht zurück, weil ich etwas zu verbergen habe, sondern weil ich keine Geheimnisse preisgeben kann, die nicht die meinen sind. Es gibt andere Geschichten, die mit meiner verbunden sind. Wenn du den Rest erfahren möchtest, musst du mit den anderen Beteiligten reden. »Gut, dann erzähl mir, was du kannst«, sagte Eragorn. »Bist du sicher?«, fragte Brom. »Es gibt gute Gründe für meine Geheimniskrämerei. Ich habe versucht, dich zu schützen, indem ich Mächte von dir fernhalte, die dich zerreißen würden. Wenn du einmal von ihnen und ihren Absichten erfahren hast, kannst du nie wieder ein ruhiges Leben führen. Du wirst dich entscheiden müssen, auf welcher Seite du stehst, und du wirst für deine Entscheidung kämpfen müssen. Möchtest du es wirklich wissen?« »Ich kann mein Leben nicht in Unwissenheit verbringen«, sagte Eragorn leise. »Na schön. Also, in Alargesia herrscht Krieg zwischen den Warden und dem Imperium. »Die Auseinandersetzung ist viel weitreichender, als es die gelegentlichen bewaffneten Zusammenstöße ahnen lassen. In Wahrheit geht es um einen Machtkampf von titanischen Ausmaßen, in dessen Zentrum du stehst.« »Ich«, sagte Eragorn ungläubig, »das ist unmöglich. Ich habe mit keiner der beiden Seiten etwas zu tun.« »Noch nicht«, sagte Brumm, »aber deine bloße Existenz ist der Grund für ihre Schlachten. Die Warden und das Imperium kämpfen nicht darum, das Land oder seine Einwohner zu beherrschen. Ihr Ziel ist es vielmehr, die Kontrolle über die nächste Generation der Drachenreiter zu erlangen, deren erster Vertreter du bist. Wer diese Reiter in seiner Gewalt hat, wird der unumstrittene Herrscher über Alargesia sein.« Eragorn versuchte, Broms Erklärungen zu verstehen. Es schien ihm unbegreiflich, dass so viele Leute an ihm und Saphira interessiert sein sollten. Niemand außer Brumm hatte ihn bisher für so wichtig gehalten. Die Vorstellung, dass das Imperium und die Warden um ihn kämpfen sollten, erschien ihm zu weit hergeholt, als dass er sie hätte vollständig begreifen können. Sofort kamen ihm verschiedene Einwände in den Sinn. Aber alle Reiter sind tot, bis auf die Abtrünnigen, die sich Galbatorix anschlossen. Und soweit ich weiß, sind selbst die inzwischen gestorben. Und in Kavahal hast du gesagt, dass niemand wisse, ob es in Alargesia noch Drachen gibt. »Das war gelogen«, sagte Brom tonlos. »Die Reiter sind zwar tot, aber es gibt noch drei Dracheneier. Und alle drei befinden sich in Galbatorix Besitz. Eigentlich sind es nur noch zwei, denn Saphira ist ja geschlüpft. Der König brachte die drei Eier während der letzten Schlacht gegen die Drachenreiter an sich. »Also gibt es bald zwei neue Reiter, die dem König treu ergeben sind?« fragte Eragon verzagt. »Genau«, sagte Brom. »Ein tödlicher Wettlauf ist im Gange. Galbatorix versucht, die beiden Menschen zu finden, bei denen die Drachen schlüpfen, während die Warden alles daran setzen, seine Kandidaten umzubringen oder die Eier zu stehlen. »Aber wo kam Saphiras Ei her? Wie konnte es dem König abhanden kommen? Und woher weißt du das alles?«, fragte Eragon verwirrt. »So viele Fragen auf einmal«, lachte Brom bitter. »Zu alledem gibt es ein weiteres Kapitel, und zwar eins, das lange vor deiner Geburt stattfand. »Damals war ich jünger, aber noch nicht so klug wie heute. Ich hasste das Imperium, aus Gründen, die ich für mich behalte, und versuchte ihm auf jede mir mögliche Art zu schaden. Mein Tatendrang führte mich zu einem Gelehrten. Jod, der behauptete, ein Buch entdeckt zu haben, in dem von einem geheimen Eingang in Galbatorix Schloss die Rede war. Daher brachte ich Jod zu den Warden, die meine Freunde sind, und sie schmiedeten einen Plan, wie man die Eier stehlen konnte. »Die Warden«, dachte Eragon. »Leider ging etwas schief, und unser Dieb brachte nur ein Ei an sich. Aus irgendeinem Grunde floh er damit und kehrte nicht zu den Warden zurück. Als man ihn nirgendwo finden konnte, wurden Jod und ich losgeschickt, um ihn aufzuspüren und das Ei zurückzubringen. Roms Blick schweifte in die Ferne, und er sprach mit seltsam klingender Stimme weiter, und so begann die vielleicht größte Suche in der Geschichte aller Gäsiars. Wir wetteiferten gegen die Razak und gegen Morzan, den letzten der abtrünnigen und ergebensten Handlanger des Königs. »Morzan«, rief Eragon aus, »das war doch der, der die Reiter an Galbatorix verraten hat!« Und das geschah vor so langer Zeit. »Morzan muss uralt gewesen sein«, dachte er. Es beunruhigte ihn, daran erinnert zu werden, wie lange Drachenreiter lebten. »Na und?« fragte Brom mit erhobenen Augenbrauen. »Ja, er war alt, aber er war stark und grausam. Er war der treuste und loyalste Anhänger des Königs. Da es zwischen uns schon einmal böses Blut gegeben hatte, wurde die Jagd nach dem Drachenei zu einem persönlichen Wettstreit zwischen uns beiden. Und als man es in Gilead fand, eilte ich dorthin und kämpfte mit Morzan darum. Es war ein grausamer Kampf. Aber am Ende habe ich ihn besiegt. Während der Auseinandersetzung wurde ich von Gord getrennt. Ich hatte keine Zeit, nach ihm zu suchen, daher nahm ich das Ei und brachte es zu den Warden, die mich baten, denjenigen auszubilden, der zum neuen Drachenreiter bestimmt war. Ich willigte ein und beschloss, mich in Carverhall zu verstecken, bis die Warden Kontakt zu mir aufnehmen würden. Aber das ist nie geschehen. »Wie ist dann Saphiras Ei in den Buckel gelangt? Wurde dem König ein zweites Ei gestohlen?« fragte Iragorn. Brom grunzte. »Das ist ziemlich unwahrscheinlich. Er lässt die beiden verbliebenen Eier so schwer bewachen, dass der Versuch, sie zu stehlen, Selbstmord wäre. Nein, Saphiras Ei stammt von den Warden. Und ich glaube zu wissen, warum es im Buckel auftauchte. Um das Ei zu schützen, muss jemand versucht haben, es auf magischem Wege zu mir zu schicken. Die Warden haben mich nicht darüber unterrichtet, was sie zugetragen hat. Daher nehme ich an, dass ihre Kuriere von königlichen Soldaten abgefangen und an ihrer Stelle die Razak geschickt wurden. Bestimmt waren sie versessen darauf, mich zu finden, denn ich habe schon unzählige Male ihre Pläne durchkreuzt. »Dann wussten die Razak noch gar nichts von mir, als sie in Carverhall eintrafen,« stellte Iragorn verwundert fest. »Das stimmt,« sagte Brum. »Hätte der widerliche Sloan den Mund gehalten, hätten sie vermutlich nie von dir erfahren. Alles wäre ganz anders gekommen. In gewisser Weise muss ich mich bei dir bedanken, dass ich noch am Leben bin. Wären die Razak nicht so sehr mit dir beschäftigt gewesen, hätten sie mich völlig unerwartet überrascht, und das wäre das Ende des Geschichtenerzählers Brum gewesen. Der einzige Grund, warum sie vor mir geflohen sind, ist der, dass ich stärker bin als sie, besonders am Tag. Wahrscheinlich hatten sie geplant, mir eine Droge zu verabreichen und mich nach dem Verbleib des Eis zu befragen. »Du hast den Warden eine Botschaft geschickt und ihnen von mir berichtet?« »Ja. Sie werden bestimmt wollen, dass ich dich so schnell wie möglich zu ihnen bringe. Aber das wirst du doch nicht tun, oder?« Brum schüttelte den Kopf. »Nein.« »Warum nicht? Bei den Warden zu sein, ist bestimmt sicherer, als die Razak zu jagen, besonders für einen so jungen Reiter wie mich.« Brum schnaubte und sah Eragon fürsorglich an. »Die Warden sind gefährliche Leute. Wenn wir zu ihnen gehen, wird man dich in ihre politischen Machenschaften und Intrigen hineinziehen. Um ihre Stellung zu festigen oder die Gunst des Volkes zu gewinnen, könnten ihre Anführer dich auf Missionen schicken, für die deine Kräfte noch nicht reichen. Ich möchte, dass du gut vorbereitet bist, bevor du dich auch nur in die Nähe der Warden begibst. »Solange wir die Razak verfolgen, muss ich mir keine Sorgen machen, dass jemand dein Wasser vergiftet. Es ist das Kleinere von zwei Übeln. Außerdem«, sagte er schmunzelnd, »macht es mir einfach zu viel Spaß, dich zu unterrichten. Tuata du Orotrim ist bloß eine Stufe in deiner Ausbildung. Ich werde dir helfen, die Razak zu finden und vielleicht sogar, sie zu töten, denn es sind ebenso sehr meine Feinde wie deine. Aber danach musst du eine Entscheidung treffen.« »Und die Wehre?«, fragte Eragon argwöhnisch. »Ob du dich den Warden anschließt,« sagte Brum. »Falls du die Razak tötest, kannst du Galbatoriks Zorn nur entgehen, indem du dich unter den Schutz der Warden begibst, nach Soda fließt oder den König um Gnade bittest und dich auf seine Seite schlägst. Selbst wenn du die Razak nicht tötest, stehst du früher oder später vor dieser Entscheidung.« Eragon wusste, dass es am besten wäre, bei den Warden Zuflucht zu suchen. Aber er wollte nicht wie sie sein ganzes Leben lang gegen das Imperium kämpfen. Er wog Brums Vorschläge gegeneinander ab und versuchte, sie aus allen Blickwinkeln zu betrachten. »Du hast mir noch gar nicht erklärt, woher du so viel über Drachen weißt.« »Stimmt, darüber habe ich noch nicht gesprochen.« »Was?«, sagte Brum mit einem verschmitzten Lächeln. »Damit warten wir noch ein bisschen.« »Warum gerade ich?«, fragte sich Eragon. »Was war so Besonderes an ihm, dass ausgerechnet er ein Drachenreiter werden sollte?« »Hast du meine Mutter gekannt?«, platzte er auf einmal heraus. Brum blickte ernst. »Ja, das habe ich.« »Wie war sie?« Der alte Mann seufzte. »Sie war stolz und würdevoll, wie Garo. Letztlich ist sie daran zugrunde gegangen, aber es waren dennoch zwei ihrer besten Eigenschaften. Sie half den Armen und weniger Glücklichen, auch wenn es ihr selbst nicht gut ging. »Kanntest du sie gut?«, fragte Eragon aufgewühlt. »Gut genug, um sie zu vermissen, nachdem sie von uns gegangen war.« Während Kadok vor sich hintrabte, versuchte Eragon, sich an die Zeit zu erinnern, als er Brum nur für einen verschrobenen alten Geschichtenerzähler gehalten hatte. Zum ersten Mal wurde ihm richtig bewusst, wie ahnungslos er gewesen war. Er ließ Saphira wissen, was er erfahren hatte. Sie war verblüfft über Brums Offenbarungen, erschrak aber bei der Vorstellung, sich einmal in Galbatoriks Gewalt befunden zu haben. Am Ende sagte sie, »Bist du nicht froh, Kavahal verlassen zu haben? Denk an all die interessanten Erlebnisse, die dir sonst entgangen wären.« Eragon stöhnte in gespielter Erschöpfung auf. Nachdem sie einen geeigneten Platz für ihr Nachtlager gefunden hatten, suchte Eragon nach Wasser. Brum bereitete unterdessen das Abendessen zu. Eragon rieb sich die kalten Hände, während er in weitem Bogen um das Lager herumlief, und nach dem Plätschern eines Bachs oder Flusses horchte. Es war düster und feucht zwischen den Bäumen. Nach einer Weile fand er einen Bach, hockte sich ans Ufer und sah zu, wie das Bergwasser über die Felsen sprudelte. Er tauchte die Finger in das eisige Nass. »Dem Wasser ist es egal, was uns oder irgendeinem anderen widerfährt,« dachte Eragon. Schaudernd erhob er sich wieder. Ein ungewöhnlicher Fußabdruck am anderen Ufer erregte seine Aufmerksamkeit. Er hatte eine merkwürdige Form und war sehr groß. Neugierig geworden sprang er über den Bach hinweg auf einen flachen Stein. Beim Landen streifte sein Fuß ein Stück feuchtes Moos, und er verlor das Gleichgewicht. Er versuchte, sich an einem Ast festzuhalten, doch der brach ab. Unwillkürlich riss Eragon den Arm zur Seite, um den Sturz abzufangen. Sein rechtes Handgelenk knackte, als es mit voller Wucht aufprallte. Der Schmerz schoss in seinen Arm hinauf. Durch seine zusammengebissenen Zähne drang ein dumpfer Schwall von Flüchen, während er einen Aufschrei unterdrückte. Halb blind vor Schmerz krümmte er sich am Boden und hielt sich den Arm. »Eragon!«, hörte er Saphiras besorgten Ruf. »Was ist passiert?« »Mein Handgelenk ist gebrochen. Ich hab mich dumm angestellt. Ich bin ausgerutscht.« »Ich komme«, sagte Saphira. »Nein, ich schaff es schon. Komm nicht. Die Bäume stehen zu dicht beieinander für deine Flügel.« Sie schickte ihm ein kurzes Bild, wie sie den Wald zu Kleinholz verarbeiten würde, nur um zu ihm zu gelangen. Dann sagte sie, »Beeil dich!« Stöhnend stemmte er sich auf die Beine. Der tief in den Boden eingetretener Abdruck war nur wenige Schritte von ihm entfernt. Er stammte von einem schweren, mit Nägeln besetzten Stiefel. Sofort erinnerte sich Eragon an die Spuren vor dem Leichenberg in Yasuak. »Urgals!«, keuchte er angewidert und wünschte sich, er hätte Zarok mitgenommen. Mit einer Hand konnte er den Bogen nicht gebrauchen. Er warf den Kopf zurück und brüllte in Gedanken, »Saphira! Urgals! Bringt wohl mit Sicherheit!« Dann sprang er wieder über den Bach und stürmte, das Jagdmesser in der Hand, zum Lager zurück, wobei er darauf gefasst war, dass hinter jedem Baum und Busch Feinde lauern konnten. »Hoffentlich ist es nur ein einzelner Urgal«, dachte er. Im Lager angekommen, duckte er sich erschrocken, als Saphiras Schwanz über ihn hinwegpeitschte. »Hör auf, ich bin's!«, rief er. »Hups!«, sagte Saphira. Ihre Flügel waren vor der Brust gefaltet wie eine Mauer. »Hups!«, murrte Eragon und rannte auf sie zu. »Du hättest mich fast umgebracht.« »Wo ist Bohm?« »Hier!«, schimpfte eine Stimme hinter Saphiras Flügeln. »Sag deine verrückten Drachendame! Sie soll mich loslassen! Auf mich hört sie nicht!« »Lass ihn los!«, sagte Eragon aufgebracht. »Hast du ihm nichts gesagt?« »Nein!«, antwortete sie betreten. »Du hast nur gesagt, ich soll ihn in Sicherheit bringen.« Sie hob die Flügel und Brom kam missgelaunt zum Vorschein. »Ich habe eine frische Urgalspur gefunden!« Brom wurde augenblicklich ernst. »Sattel die Pferde! Wir brechen auf!« Er trat das Feuer aus, doch Eragon rührte sich nicht. »Was ist denn mit deinem Arm?« »Ach, das Handgelenk ist gebrochen!«, sagte er mit schmerzverzerrter Stimme. Fluchend sattelte Brom Kadok für ihn. Er half Eragon aufs Pferd und sagte, »Wir müssen den Arm so bald wie möglich schienen. Versuch bis dahin, das Handgelenk nicht zu bewegen.« Eragon hielt die Zügel mit der linken Hand. Brom sagte zu Saphira, »Es ist fast dunkel. Du kannst ruhig direkt über uns fliegen. Falls Urgals auftauchen, werden sie es sich zweimal überlegen, ob sie uns angreifen sollen, wenn du in der Nähe bist.« »Sie täten gut daran, es bleiben zu lassen, denn sonst werden sie nie mehr in der Lage sein, sich irgendetwas zu überlegen.«, gab Saphira zurück, bevor sie in die Luft stieg. Das Licht schwand schnell und die Pferde waren müde. Aber die beiden Männer trieben sie ohne Unterlass an. Eragons angeschwollenes Handgelenk pochte immer stärker. Eine Meile vom Lager entfernt hielt Brom plötzlich an. »Hör mal!« Eragon vernahm hinter sich den leisen Ton eines Jagdhorns. Als es verklang, wallte Panik in ihm auf. »Sie müssen das Lager entdeckt haben,« sagte Brom, »und wahrscheinlich auch Saphiras Spuren. Jetzt werden sie uns jagen. Es ist nicht ihre Art, die Beute entkommen zu lassen.« Dann erschallten zwei Jagdhörner, diesmal deutlich näher. Ein eisiger Schauer durchfuhr Eragon. »Unsere einzige Möglichkeit ist die Flucht,« sagte Brom. Er schaute gen Himmel, und seine Gesichtszüge wurden leer, als er Saphira rief. Sie stürzte vom Nachthimmel herab und landete. »Lass Kadok zurück! Flieg mit ihr!« »Das ist sicherer,« befahl Brom. »Was ist mit dir?« protestierte Eragon. »Ich komme schon zurecht. Geh jetzt!« Zu entkräftet, um zu widersprechen, bestieg Eragon Saphira, während Brom Schneefeuer die Spuren gab und mit Kadok im Schlepptau davonstob. Saphira folgte ihm und brauste über den galoppierenden Pferden durch die Luft. Eragon hielt sich, so gut er konnte, an Saphira fest. Jedes Mal, wenn sie bei einer Bewegung versehentlich sein Handgelenk streifte, sog er zischend die Luft ein. In der Nähe plärrten die Jagdhörner und weckten neuerliches Entsetzen. Brom preschte über Stock und Stein, trieb die Pferde an ihre Grenzen. Dicht hinter ihnen trompeteten die Hörner im Gleichklang. Dann verstummten sie. Minuten vergingen. »Wo sind sie geblieben?«, fragte sich Eragon. Wieder erklang ein Horn, diesmal in weiter Ferne. Er seufzte erleichtert und schmiegte sich an Saphiras Hals, während Brom unten die Pferde zügelte. »Das war knapp,« sagte Eragon. »Ja, aber wir dürfen nicht stehenbleiben, bis...« Saphira brach mitten im Satz ab, als direkt unter ihnen ein Horn erschallte. Eragon zuckte erschrocken zusammen und Brom gab Schneefeuer erneut die Sporen. Gehörnte ungeheuer auf Pferden preschten mit heiserem Geschrei den Pfad entlang und holten schnell auf. Sie waren fast schon in Sichtweite mit Brom. Der alte Band konnte ihnen nicht entkommen. »Wir müssen etwas tun,« rief Eragon. »Was denn? Lande vor den Urgas!« »Bist du verrückt?«, fragte Saphira. »Mach schon! Ich weiß, was ich tue,« sagte Eragon. »Für etwas anderes ist keine Zeit mehr. Sie haben Brom gleich eingeholt.« »Also schön.« Saphira flog ein Stück voraus. Dann machte sie kehrt und hielt sich für einen Sinkflug bereit. Eragon beschwor seine Kraft herauf und spürte in seinem Geist den vertrauten Widerstand, der ihn von der Magie trennte. Noch unternahm er keinen Versuch, ihn zu durchbrechen. Ein Muskel zuckte in seinem Nacken. Als die Urgals den Pfad hinaufgeritten kamen, rief er »Jetzt!« Saphira legte die Flügel an, ließ sich geradewegs zwischen den Bäumen hinabfallen und landete in einer Staubwolke mitten auf dem Pfad. Die Urgals brüllten panisch auf und rissen die Zügel an sich. Ihre Pferde rammten die Hufe in den Boden, bremsten ab und prallten aufeinander. Aber die Ungeheuer hatten schnell wieder ihre Fassung gefunden und bauten sich mit erhobenen Waffen vor Saphira auf. Hass breitete sich auf ihren Fratzen aus, während sie den Drachen düster anfunkelten. Es waren zwölf, alles hässliche, grobschlechtige Rohlinge. Eragon fragte sich, weshalb sie nicht flohen. Er hatte gedacht, Saphiras Anblick würde sie verjagen. »Worauf warten sie denn? Wollen sie nun angreifen oder nicht?« dachte er. Entsetzt sah er, wie der größte Urgal einen Schritt vortrat und ausspuckte. »Unser Herr will mit dir reden, Mensch!« Das Ungeheuer sprach mit tiefen, rollenden Kehl-Lauten. »Das ist eine Falle!« warnte Saphira, bevor Eragon etwas sagen konnte. »Glaub ihm nicht! Dann lass mich wenigstens herausfinden, was er zu sagen hat!« gab Eragon zurück.